Wie im Inneren, so auch im Äußeren. Wie im Kleinen, so auch im Großen. Unsere Welt ist fraktal aufgebaut und folgt Rhythmen, Zyklen und Wellen. Wie wir diese Erkenntnis für unsere Investments und unsere Finanzen nutzen können, damit beschäftigen wir uns im kommenden Video. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es mal um das Thema Blumenkohl und Brokkoli. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das könnte man jetzt meinen, wenn man dieses Bild hier sieht, aber es hat tatsächlich einen finanzmathematischen Hintergrund. Ich möchte mit euch heute das Thema Fraktalanalyse einmal besprechen. Unsere Welt ist fraktal aufgebaut. Das bedeutet im Endeffekt, dass sie gewissen Mustern folgt, also sprich, dass unsere Schöpfung auch auf Mathematik basiert. Dazu muss man eigentlich schon fast zu der Erkenntnis kommen, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Hintergründen und den Mechanismen, die hinter unserer Welt stecken, etwas näher beschäftigt hat. Diese sogenannte Fraktalität ist nahezu überall festzustellen, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. In der Natur, in mathematischen Gesetzen, im menschlichen Körper und so weiter und so fort. Und wir werden uns heute das mal ein bisschen genauer angucken. Für diejenigen, die sich unter dem Thema Fraktalität noch nicht genug vorstellen können, deswegen heute eben das Bild von dem Romanesco-Brokkoli. Warum? Weil das Fraktalmuster eines Romanesco-Brokkolis am klarsten ist oder am einfachsten nachvollziehbar ist. Das bedeutet nämlich im Endeffekt, dass diese Brokkoli-Rose so aufgebaut ist, dass die große Rose wiederum aufgeteilt ist in viele kleine Rosen. Und die kleinen Rosen genauso aussehen wie das größere. Und deswegen habe ich auch schon im Intro gesagt, was im Kleinen gilt, gilt genauso wie im Großen. Was im Inneren gilt, gilt auch im Äußeren. Zum Beispiel eine nächste Sache ist der Umstand, dass ja unser Planet Erde etwa zu 80 bis 85 Prozent aus Wasser besteht. Und auch, wenn man das jetzt als Makroorganismus ansieht, also die Erde als Makroorganismus, die mikrokosmischen Lebewesen, also wir zum Beispiel, der Mensch, ebenso zu 80 bis 85 Prozent aus Wasser bestehen, wie im Kleinen, so auch im Großen, wie im Inneren, so im Äußeren. Wichtig an dieser Stelle noch zu erwähnen ist die Tatsache, dass diese Fraktalmuster eben in Rhythmen, Zyklen und Wellen stattfinden. Das können wir an anderer Stelle beobachten. Tag und Nachtzyklus, die Jahreszeiten, Ebbe und Flut. Da ließen sich noch ganz, ganz viele weitere Beispiele eben aufzählen. Wichtig ist eben nur, dass bedingt durch die Fraktalanalyse oder die Beobachtung, die die Fraktalanalyse uns beschert, die Erkenntnisse, die sie uns beschert, wir Muster herausfinden können, wir Muster beobachten können, die uns dazu befähigen, gewisse Entwicklungen antizipieren zu können, weil wir eben das beobachtete Muster in die Zukunft fortschreiben können. Jetzt kommt natürlich noch mit dazu, dass diese Fraktalanalyse nicht nur bei physischen Dingen zu beobachten ist, wie zum Beispiel der Natur, sondern dass diese auch sehr gut auf abstrakte Themen, wie das Thema Finanzen übertragen werden kann und wie das aussehen könnte, werden wir uns im nächsten Abschnitt etwas genauer angucken. Als allererstes möchte ich euch mit dem Thema Elliot Waves vertraut machen. Elliot war ein, man könnte sagen, Wissenschaftler, der sich eben mit dem Thema Fraktalität bzw. fraktaler Aufbau von Kursen, also von Preischarts beschäftigt hat. Und er hat eben festgestellt, dass sehr oft ein Trend sich in einer fünfteiligen, fraktalen Struktur befindet, bzw. dieser sich fünfteilig und fraktal aufbaut. Was bedeutet das jetzt nun konkret? Wir haben hier mal eine theoretische Entwicklung eines Charts. Und bei diesem ist sehr oft zu beobachten, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend bewegen, dass diese Aufwärtstendenz fünfteilig eben besteht. Das heißt, wir haben hier einen großen Anstieg, das ist dieser, der mit Nummer 1 gekennzeichnet wird. Dann gibt es meistens eine Gegenreaktion, die aber nicht so tief ausfällt wie das letzte Tief, also die etwa hier, sagen wir mal, bis zur Hälfte dann geht. Dann kommt eine weitere große Welle nach oben, die das letzte Hoch der Welle 1 übersteigt. Dann kommt eine weitere Korrektur, die aber ebenfalls nicht so stark korrigiert wie die Korrektur der Welle 2. Und zu guter Letzt gibt es noch eine letzte Aufwärtsbewegung, die in der Regel weit über das letzte Hoch der Welle 3 extendiert, die also in der Regel am stärksten ist. Das ist mal grundsätzlich der Aspekt, dass diese Bewegungen, egal ob sie jetzt aufwärts oder abwärts gerichtet sind, fünfteiliger Struktur sind. Was bedeutet jetzt nun Fraktal? Fraktal bedeutet, dass wenn wir uns diese eine Bewegung anschauen und wir etwas hineinzoomen, dann werden wir beobachten, dass diese Bewegung ebenfalls fünfteilig vonstatten geht. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 mit den genau gleichen Voraussetzungen, dass das Hoch der Welle 3 höher ist als das Hoch der Welle 1 und das Hoch der Welle 5 höher ist als das der Welle 3 und die Welle 5 sich auch immer am stärksten ausprägt und das Tief der Welle 4, die korrektive Welle, nicht so tief ist wie das Tief der korrektiven Welle Nummer 2. Und jetzt gehen wir nochmal eine Ebene tiefer und sehen hier, indem wir noch weiter rein scrollen, dass wenn wir hier die erste Welle uns angucken, von diesem übergeordneten Chart, dass wiederum die fünfteilige Struktur genauso abläuft. Mit 1, 2, 3, 4, 5 und genau die gleichen Kriterien hier auf der kleinsten Ebene zu beobachten sind, genauso wie auf der größten Ebene. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten zusätzlichen Aspekt. Und zwar, in der Zwischenzeit ist es sogar so, dass man mithilfe dieser Fraktalanalyse die Wellenlänge, also nicht in der zeitlichen Konsequenz, sondern in der qualitativen, sprich wie hoch die Kostzuwächse oder die Kostverluste sind bei einer extendierenden oder korrektiven Welle. Und das geht über die sogenannte Fibonacci-Zahlenfolge. Das heißt, man kann über eine gewisse Zahlenfolge eben sehr, sehr gut prognostizieren, wie weit diese zweite Welle zum Beispiel hier nach unten geht, wie weit die dritte Welle nach oben geht, die vierte wieder nach unten und die fünfte nach oben. So, und hier kommen wir zu den sogenannten Fibonacci-Zahlenfolgen oder hier die Fibonacci-Spirale auch genannt. Das ist eine Zahlenfolge, die wiederum sehr gut in der Natur beobachtet werden kann. Das pragmatischste Beispiel für das Ganze wäre zum Beispiel ein Schneckenhaus. Deswegen ist das hier auch so Schneckenhaus-mäßig angeordnet. Warum? Weil die Verhältnisse dieser Zahlenmuster eben in einem Schneckenhaus 1 zu 1 abgebildet werden. Warum? Bei diesen Fibonacci-Mustern handelt es sich eben darum, dass eine Zahl immer das Produkt der Addition der zwei vorherig liegenden Zahlen ist. Machen wir hier einfach mal ein ganz normales Beispiel. 2 ist gleich 1 plus 1. 3 ist gleich 2 plus 1. 5 ist gleich 3 plus 2. Und 8 ist gleich 5 plus 3. Und so weiter und so fort. Man sieht ja also, dass diese alle logisch aufeinander aufgebaut sind mit dieser Formel, wo ich euch eben gerade eben gesagt habe, dass diese Zahl immer das Produkt aus der Addition der zwei vorherigenden Zahlen ist. Und sich bedingt durch diese Funktion eben dieses Schneckenhaus exponentiell erweitert, was ja auch in der Natur zu beobachten ist. In der Mitte des Schneckenhauses, also sprich am Anfang, sind die Verästelungen oder die Erweiterungen noch sehr, sehr klein und sehr detailliert. Und je weiter man dann nach außen kommt, je größer das Schneckenhaus wird, desto gröber und weitreichender werden die Erweiterungen. Und diese Erkenntnis kann man eben, wie schon gesagt, auf Preischarts ebenso anwenden, wie auf die Erweiterungen, die in der Natur festzustellen sind. Um euch nun einen kleinen Einblick zu geben, wie das in der Praxis aussieht, habe ich für euch mal eine grobe Einzeichnung der Fraktalanalyse für den Bitcoin-Chart erstellt. Und zwar ist es so, dass wir hier jetzt erstmal nur die übergeordnete Wellenzählung uns angucken, also in einem sehr großen Maßstab uns das angucken. Warum? Weil je weiter wir herauszoomen, je mehr wir in den Überblick gehen und je weniger wir in den Details sind, desto höher ist die Voraussagekraft der Elite-Waves und der Fraktalanalyse. Warum? Weil auf lange Sicht kurzfristige Über- oder Untertreibungen in den Charts nicht ins Gewicht fallen, sondern dies nur auf kleinen Zeitebenen tun. Zum Beispiel, wenn Panik an den Märkten ist oder Euphorie, dann kann es mal kurzfristig zu Übertreibungen kommen, die dafür sorgen, dass die kurzfristige Vorhersagbarkeit über die Elite-Waves leidet. Allerdings hat das langfristig überhaupt keinen Einfluss. Und bei der langfristigen Prognose sind wir bei, ich würde mal sagen, Trefferquoten von über 90%. Je weiter wir in der Zeitebene runtergehen, desto weiter sinkt dann auch die Vorhersagekraft und desto ungenauer werden die Prognosen. Nichtsdestotrotz bleiben wir mal hier beim Bitcoin-Chart. Die Grundaussage ist die, dass, wenn wir uns diesen Chart angucken, die erste Welle eben hier Ende 2017 gestartet hat und ihr Ende im Bullenmarkt 2021 gefunden hat. Das war hier eine sogenannte überschießende Welle. Die zählt nicht als Zyklus-Top. Das tatsächliche Zyklus-Top laut Elite-Waves lag hier. Und deswegen sind wir auch ab hier bis ungefähr hierhin in dem Ende der zweiten Welle eben gewesen. Das war quasi die zweite Welle, die korrektive Welle. Ihr könnt euch daran erinnern. Das war immer 1, 2, 3, 4, 5. Und in dieser fünfteiligen Bewegung ist immer die zweite und die vierte Welle korrektiv, die erste, dritte und fünfte Welle impulsiv und expansiv. Jetzt befinden wir uns, wenn wir die Wellen richtig berechnen bzw. gezählt haben, in der dritten Welle, also sprich in der zweiten expansiven Welle. Und diese wird voraussichtlich ungefähr in den Bereich von 120.000 US-Dollar pro Bitcoin extendieren. Das heißt, hier irgendwo wird sich eine große Trendwende ankündigen, die dafür sorgt, dass die vierte Welle, also sprich die zweite korrektive Welle, eingeleitet wird und der Bitcoin bis ungefähr auf 50.000 wieder korrigieren sollte, bevor er schlussendlich um diese Wellenbewegung oder um diesen Zyklus, diesen großen Zyklus abzuschließen, dann irgendwann einmal bei ungefähr 200.000 US-Dollar enden sollte. Das sind aber wie gesagt alles nur grobe Richtwerte. Das kann auch immer höher werden, das kann ein bisschen niedriger werden, aber ungefähr in diesen Bereichen können Sie euch orientieren und daran auch euer langfristiges Handeln eben ausrichten. Was wirklich sehr spannend ist, ist folgende Beobachtung. Jedes Mal, wenn wir große Kursbewegungen beobachten, sei es nach oben, aber auch nach unten, treten spezielle Ereignisse am Markt auf, die vermeintlich dazu führen, dass sich der Kurs genau so bewegt. Nehmen wir einfach mal zwei kleine Beispiele her. Da müsste ich jetzt ein bisschen reinzoomen, damit wir es auch gut erkennen. Wenn wir uns die FTX-Pleite einmal etwas vor Augen führen, das war, lass mich mal gerade gucken, diese Katze hier. Das war im November 2022. Hier ist FTX-Pleite gegangen, was dazu geführt hat, dass der Bitcoin von 20 auf 15 innerhalb von wenigen Tagen runtergegangen ist. Allerdings ist es auch so, dass diese Wellenbewegung ja auch antizipiert wurde, bis in einen gewissen Bereich hinein. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was da dahinter stecken könnte. Und genau dieser Frage gehen wir im nächsten Abschnitt nach. Ich möchte nun eine etwas philosophischere Betrachtung dieser Fraktalanalyse anstellen. Ich habe mir mehrere Fragen gestellt. treten die Ereignisse immer nur zufällig zusammen auf. Das heißt, ist es tatsächlich Zufall, dass die prognostizierten Entwicklungen laut Elliott Waves immer von irgendwelchen extremen Marktbedingungen begleitet werden, wie zum Beispiel der FTX-Pleite, aber auch die andere Richtung, wie zum Beispiel die Ankündigung eines Bitcoin-ETFs, das den Markt vor ein paar Monaten schon ordentlich befeuert hat. Ist das wirklich Zufall oder steckt da etwas anderes dahinter? Die zweite Frage in diesem Zusammenhang werden also die Kursbewegungen von diesen Ereignissen ausgelöst? Ist das wirklich so? Die dritte Frage, wie kann es sein, dass diese Prognose und dass diese Analyse über die Fraktalanalyse und der Elliott Waves so akkurat ist und diese Kursbereiche auch immer wieder trifft, obwohl diese Ereignisse, die dazu führen, dass die Kurse so intensiv reagieren, überhaupt nicht in der Fraktalanalyse berücksichtigt werden und auch gar nicht berücksichtigt werden können? Und hier kommen wir jetzt zur vierten, sehr, sehr interessanten Frage. Könnte es vielleicht sogar sein, dass nicht die Ereignisse die Kurse beeinflussen, sondern dass die Ereignisse von etwas anderen Übergeordneten ausgelöst werden? Könnte es also möglich sein, dass die intensiven Ereignisse, die zu Kursbewegungen führen, intrinsisch eine andere Ursache haben? Könnte es also vielleicht sogar sein, dass unsere Welt deterministisch veranlagt ist? Das heißt, dass die Ereignisse, die auf unserer Welt passieren, vielleicht im Inneren schon geplant sind oder einen anderen Erzeugungsfaktor hinter sich tragen. Man könnte vielleicht sogar schon so weit gehen und einfach mal die Frage stellen, ob unsere Welt vielleicht sogar von verborgenen Kräften, wie man diese auch immer nennen mag, gelenkt werden. Ist eventuell sogar durch die dahinterliegende Erkenntnis die Frage gestattet, dass eine vermeintliche Entscheidungsfreiheit unsererseits nur eine Illusion darstellt, dass es gar keinen freien Willen gibt, sondern sich das nur als freie Entscheidung anfühlt, die extern getriggert wird. Ich für meinen Teil glaube inzwischen sogar sehr stark daran, dass es genau so ist. Dass es also, man könnte sagen, so ist, dass irgendeine Kraft, die die Welt beherrscht, die vielleicht im Quantenfeld verborgen ist und für unsere Sinne nicht wahrnehmbar ist, diese Welt steuert. Und dass im Endeffekt die Ereignisse, die immer wieder als zufällige Ereignisse dargestellt werden, wie zum Beispiel eine Pleite von einer Börse oder einem zufälligen großen Engagement von irgendeinem Investor, dass diese Ereignisse nicht vorausgesagt werden können oder vielleicht doch wieder vorausgesagt werden können, weil die Rhythmen, Zyklen und Wellen, die unsere Welt antreiben, immer wieder diese Ereignisse antizipieren oder vielleicht sogar antizipieren müssen. Für mich eine sehr, sehr interessante Perspektive, auf das Ganze mal zu schauen. Das würde das Ganze auch tatsächlich um einiges erklärbarer machen und für mich macht das auf alle Fälle wesentlich mehr Sinn, als hier nur von irgendwelchen Zufällen auszugehen. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt, wie da eure Gedanken zu dem Ganzen sind, ob ihr glaubt, dass es tatsächlich alles nur Zufälle sind oder ob ihr vielleicht ebenfalls glaubt, genauso wie ich, dass die Rhythmen, Zyklen und Wellen, die hinter unserer Welt stecken, die im Verborgenen liegen, mehr Einfluss auf uns haben, als wir uns alle eingestehen wollen. Ich kann für meinen Teil nur das Zusammenfassen und Schlussfolgern, dass die Fraktalanalyse eine meiner liebsten Aspekte der technischen Analyse ist. Warum? Weil sie sehr, sehr eindeutig auf den Gesetzmäßigkeiten unserer Welt, eben der Natur und der Mathematik, basiert und auch, was die Trefferwahrscheinlichkeit angeht, eigentlich nur bestätigt, dass irgendein intrinsischer Mechanismus, der unsere Welt beherrscht, gefunden wurde, verstanden wurde und auch somit präzise angewendet werden kann. Was mich einfach überzeugt, ist die Tatsache, dass diese Gesetze und diese Vorhersagemuster überall auf der Welt angewendet werden können und sogar in sehr abstrakten Bereichen, wie das Thema Finanzen, wobei wir hier vielleicht sogar noch zugestehen müssen, dass es eigentlich total Sinn macht, dass gerade Kryptowährungen oder Charts und Preise von Kryptowährungen damit sehr gut vorausgesagt werden können, weil das Ganze ja eindeutig auf Mathematik basiert, auf Coding, auf mathematischen Gesetzen, die im Coding ebenfalls Berücksichtigung finden und das Schlussfolgericht eigentlich genau so sein muss. Ich nutze natürlich nicht nur die Elite Waves und auch ganz, ganz viele andere verschiedene technische Indikatoren und andere Möglichkeiten, um eben die Kurse möglichst gut, zumindest langfristig, voraussagen zu können. Wenn ihr Interesse daran hättet, das ebenfalls zu lernen, dann kommt gerne mal auf unsere Community-Homepage financial-insider.net. Dort gibt es einiges an Wissenspaketen, die ihr euch holen könnt, um eben die Fähigkeit für euch zu erlangen, so eine technische Analyse für euch zu erstellen, was dann dazu führt, dass ihr natürlich wesentlich einfacher im ganzen Markt operieren könnt. Es wird sich immer langfristig enorm auszahlen, wenn ihr in eure eigene Wissensbildung investiert. Und jetzt stellt euch einfach mal nur vor, wie es wäre, wenn ihr investiert und ihr wüsstet schon ungefähr die Richtung und das langfristige Auskommen eurer Investition. Wäre es dann einfach, eure Strategien, die ihr euch vorher zurechtgelegt habt, beizubehalten, weil ihr ganz genau wisst, dass zu einem gewissen Zeitpunkt gewisse Entwicklungen vorkommen? Ich denke schon. Und das ist auf alle Fälle sehr, sehr viel wert. Ich merke das immer wieder an mir, wie viel Sicherheit mir die Fraktalanalyse gibt. Selbst wenn es mal am Markt hektische Zeiten sind, die mich verunsichern oder verunsichern könnten, dann besinne ich mich immer wieder und frage mich, hat sich an der Fraktalen Situation irgendwas verändert und wenn dem nicht so ist, und das kann es auch überhaupt nicht, weil diese Fraktalanalyse so langfristig und so stabil ist, dass sich dann in seltensten Fällen auch nur irgendwas ändert, zumindest auf größeren Zeitebenen. Auf kleineren Zeitebenen ist es nochmal was anderes. Dann muss ich einfach feststellen, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Investition war, mich mit diesem Thema auseinandersetzen, mich in Nähe in die Materie einzuarbeiten und das gibt mir so einen großen Mehrwert, dass ich euch nur empfehlen kann, ebenfalls in dieses Thema hineinzuschnuppern. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Heute mal wieder ein etwas anderes Video, wo es mehr um das Thema Wissen geht, wo es mehr um das Thema finanzielle Festigung geht, dass ihr wirklich langfristig in diesem Space unterwegs sein könnt und erfolgreich sein könnt, nicht nur was das Thema Kryptowährung angeht, sondern auch im Endeffekt alle anderen Märkte, dass jetzt Aktien, Rohstoffe oder sonst irgendwas ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr heute zum ersten Mal zugeguckt habt, weitere Videos folgen und dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.